Dürrehilfen. Die monatelange Dürre hat auch bei den Landwirten in Tschechien Ertragsausfälle verursacht. Nach Angaben des tschechischen Bauernverbandes belaufen sich die Verluste auf umgerechnet rund 450 Millionen Euro. Vor allem betroffen von der Trockenheit seien Getreide, Zuckerrüben, Hopfen sowie Gär- und Grasfutter. Deshalb fordern die Landwirte Dürrehilfen vom tschechischen Staat von rund 97 Millionen Euro. In Deutschland stellt der Bund insgesamt 170 Millionen Euro an Dürrehilfen bereit. Touristenattraktionen. Mit dem Bau von Aussichtstürmen und Holzhütten wollen die Gemeinden rund um das polnische Waldenburg künftig mehr Menschen in die Region Niederschlesiens locken. Bis zum Spätherbst sollen den Angaben zufolge auf mehreren Gipfeln und Bergwegen neue Touristenattraktionen entstehen. Insgesamt ist der Bau von elf touristischen Welten geplant. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf umgerechnet rund 250.000 Euro. Die Region um Waldenburg wurde vor allem durch die jahrelange Suche nach einem verschwundenen Nazi-Goldzug touristisch bekannt. Ein großes Ereignis. In einer Art Massentaufe haben sich rund 100 Zeugen Jehovas in einem Swimmingpool mitten im Fußballstadion von Breslau taufen lassen. Die feierliche Zeremonie verfolgten rund 15.000 Menschen auf den Tribünen. Aufgrund von Hitze und extrem hohem Interesse an der Veranstaltung konnten ältere und kranke Menschen diese in klimatisierten Räumen auf großen Bildschirmen verfolgen. Die Taufe war eine von vielen Veranstaltungen im Rahmen des jährlichen Kongresses der Zeugen Jehovas in Breslau.